Das ist aber noch der gleiche Der Lambo ist langsam Kurz den Lagerfeuer an So Guck mal, willst du was essen, was trinken? Da ist ein ganz toller Platz, der Teechen, deswegen bin ich ganz nett an Ein Teechen, okay Ein Pfefferminzteechen Ich muss echt mal überlegen, wie ich mich Kim gegenüberverhalten Weil nachher denkt die noch, ich stehe auf die So, das macht dann 4,80 Euro Jo, bitteschön Machst du ein Fünfer, ja? Oh, es wird knapp Hey, das schaffen wir nicht mehr Doch, der Pust Und ins Wasser gefahren, Digga Ja, hättest du mir den Granatwerfer gelassen, hätte ich dich jetzt fliehen können können Also ich weiß auch nicht Ja, kriegst du bestimmt halt Wenn ich hier ein bisschen Werbung mache Ist echt ein schöner Lager geworden, muss ich sagen Cool Auch das Grüne Schön, oder? Nein, unser Lager wird nicht drin Schweiß, Mühe Bruder Ja, das ist ja Ja, das ist ja Ja, das ist ja Na gut, dann erträgt der jetzt Ja, bitteschön Und äh, könntest du dir vorstellen mal, privat Kaffee trinken zu nehmen? Ich pushe die Gegner alleine, weil ich kranker Finger bin Das ist halt schwierig, weil ich halt den ganzen Tag wirklich im Laden stehe Ja, morgens der erste, abends der letzte Klar, leider Okay Dürfte ich trotzdem mal kurz deine Toilette machen? Die haben den Grappler, die haben alles, ne? Was? Hä? Wie, was? Katja hat doch total mit dir geflirtet Warum bist du nicht drauf eingegangen? Oh mein Gott! Weil du keine Zeit hast Moria Player Du musst du dir halt selbst Zeit schaffen Das ist schwierig, wenn man hier Junge! Ey! Genau das gleich haben sie bei mir gemacht Genau das gleich Und ich schreib Emi jetzt und wir überlegen ihn an Ey, der gibt's, ich spiele ja super asozial, Digga Ach du schreist, Karl, das sind die schlechteste Spieler, die wir jemals gesehen haben Und sie haben mich geholt Sie haben mich geholt Hast du Bock weiter was zu machen? Kaffee trinken? Was weiß ich Ja, klingt gut Ja? Cool Hast du ein Telefon? Ja, natürlich Hast du deine Nummer im Kopf? Ja guck, man ist instant, wenn man gegen dich spielt Instant Verrückt Aber es wird echt mal Zeit, dass ich immer wieder was mache Ein bisschen Privatleben Und vielleicht verschwindet Kim ja auch da aus meinem Kopf irgendwie Probieren Habt ihr es auch mal geschafft, ne? Ja? Ja geil Das ist schon ein M-T, oder? Das muss sein Was? Das ist schon ein M-T, kann man sagen Ein M-T? Das bedeutet, du bist besoffen Nein, Mann, ich hab Doos einfach Kannst du mich schon mal ein Bier machen? Ich wollte gerade sagen, ich hab da so gar kein Alkohol drin, oder? Willst du auch ein Bier? Ich würde eine Cola nehmen Okay Na, Kören Äh, dein Vater, der hat ein Date Oh, Mann, Alter Guckt sie euch an Guckt sie euch an Das sind Brain-Dead-Controller-Player Brain-Dead-Controller-Player sind das Guckt sie euch an Und merkt euch, wie sie spielen Sie können nichts Sie können keinen Pickaxe switchen Sie können einfach nichts Ja, ich würde gerne Trio spielen Das kann ich sein Wie viele Punkte? Ich Ja Ich hab aufgehört, Arena zu spielen Und ich hab nur 5 5 1000 Ja Ja, Nico wollte mich nicht mehr carryen Deswegen hab ich auch aufgehört Nee, Arena vorstuhren Wir können kein Trio spielen Wenn es hier Stonebreaker Ich hab den immer noch gestummt So, jetzt sei er laut Ich hab jetzt aber mies Bock auf Arena, Digga Irgendeiner muss aussitzen Irgendeiner muss aussitzen Sonst setze ich einfach aus Ich hab schon, er hätte irgendwie so Männerprobleme oder Dann hätte er carry ja keinen Sinn mehr Dann kannst du es nicht zugucken und flame Stimmt Komm, wir machen Sorge über Squad Kill Duell Ja, guck mal hier denn hier Oh ja, das ist Wrong Wie der schlechtste Spieler direkt gar keinen Bock hat und der beste Spieler richtig Bock hat Was ist das? Was ist das? Mein Papa Julian, mach nicht mehr rum, was ist das? Nein, wie du bist Was? Nee, nee Du wirst instigate, aber ich gehör Und der kiegt jetzt den Stormback an Arena Nee, gar nicht, Digga Was lauert Hey, guck, ne? Dann lass Arena, äh, dann lass Retif Retif? Was? Ich hab keinen Bock auf Teams, Digga Ey, wenn wir so ein Kill Duellen machen, ist doch... Was meiß ich mit dieser Kati? Nein, bitte! Blitze! Ihr seid ohne mich im Game, ne? Aber ich mein, was soll ich denn machen? Ich muss das jetzt einfach so akzeptieren Ja, chill out, ne? Arena, Arena Kannst du dazu gucken? Du castest jetzt Ja, du castest jetzt, ja Ich kann's auch nicht so richtig glauben Weil der kleine Scheißer von damals ist ja Ewig jetzt einfach schuld Richtiger Mann geworden Ah, doch Mit einer Freundin Scheiße, da lieb wir Hast du einen schon so nicht annehmen lassen? Warum? Ehm, geduldig war er nicht nicht Sahas Nicht um mich einfach rum und guckst, und was hat so Sag mal was, der ist der Karte? Oh man Meins ist optisch Ja, zweites? So, erstes, schon mal sehr gut, ja Ich glaub ich hab mich mal darüber nach... ich glaub ich hab mal darüber nachgemacht, fand ich mich Try Julian zu nennen ich weiß nicht ob ich das ich glaube ich hab's gemacht ich bin mir aber nicht sicher schon entstimmt dass das so viele leute macros benutzen weil fließt sei das video ist I exposed a macro cheater ja es ist ja leicht ist ja nicht mal schwer so wie Hackclined achso ich geh caddy mein Ort ist acclaimed halt die Fresse Digga als ob du Caddy Corner gießt ja genau er ist Caddy Corner Hurensohn Digga verpiss dich geh ich schick dich auch halt euch Caddy nein verpiss dich von authority ich gehe alleine ne ne da wollte ich schon hingehen jeder klemmt mit einem Ort jeder klemmt wer zuerst markiert ist der beste Digga so great guy er geht mit mir authority Digga ne das bin ich ha 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 Julian verpiss dich ist salty ist salty ich geh niemals zu diesem Kackort ich geh immer salty Besser ist das Digga Stapes äh Stapes Sturmbecker ist schon tot Digga ich hab's ich hab's Leute ich werd mich wieder verreckt ich hab den Land hingefangen ich hab die Lande verkackt und lauf weg von caddy Leute caddy ist wieder frei wir haben Lama gefunden Ab nach Caddy Karl Ich hab immer einen Ködergranaten. Ich werd direkt von drei Leuten gepusht. Mike? Hab ich was falsch gemacht? Nene, du hast gar nichts falsch gemacht. Sorry, ich hab einfach so eine Sache im Kopf. Mit der kann ich nicht so richtig abschließen. Ja, der Shit! Das tut mir leid. Okay. Vielleicht beim nächsten Mal? Oh, ich bin noch mehr Shit. Ähm, wie sieht's aus? Box like a fishy, Box like a fishy. Box like a fishy. Box like a fishy. Jungs. So was ist mir echt noch nie passiert. Nein, was mach ich? Kim? Ich hab dich spick auf. Warte, wer ist gelieft? Ich kann doch machen, was ich will. Da, hallo? Ja. Let's go, Box got on me. Äh. Was machst du als Spiel? Schau, ne? Ich spiel jetzt. Oh, ich dachte du... Pass. Nein, 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 nein. Du bleibst hier. Ja, dann lass doch doch mal spielen. Ich bin schon auf Kupfen verlassen, ja? Ich halte es. Ich hab eine Ausstellung gesprochen, dass ich ein Date hatte. Also, wollen wir Trio-Arena spielen? Ja. Ja. Wollte ich nicht. Was? Wollen wir schon, aber können. Ich weiß, dass du schon hier bist. Bist du hier so schnell? Oder? Was ist denn da ein Problem? Was geht denn? Sagt er nicht. Äh, wie traust du denn? Oh, Mann, Alter. Scheiße. Ich hab einen Gas-Cat geschlagen. Jetzt hab ich kein Leben mehr. Geil. Hat sich cooler Angen früher. Schnauze. Was? Letzter Spieler gewinnt? Ey, da muss ich doch nur kämen. Du machst das gut, oder? Glau. Ich muss schwitzen. Von dem Brot und der Brose. Mhm. Okay. Ich bin da... Ja. Schönen Abend euch noch. Sorry, dass ich das mit so einem Dale-Coder erzählt habe. Ach. Ich hoffe, das war okay, ey. Das habt ihr wild. Irgendwo die nicht bloggen. Die war nicht schlecht. Können wir... Der ganze Strat plaut darauf auf. Ja. Können wir... Ja, war ganz gut. Ähm... Amy hat richtig gut gearbeitet. Guck mal hier. Ich hab die Jacke weggezogen. Ja, komm, lass creative spielen jetzt. War gut. Ja, komm. Jetzt lief alle bitte. Okay. Hey, was? Nein, warte. Ich hab die Musik gemacht. Ja. Ich geh nicht. Ich geh nicht. Ich flieg in mein Helikopper. Nico, wie veränderst du euch die ganze Zeit den Namen? Okay. Ähm... Wie war ich das? Oh, wieso? Ja, doch. War eigentlich... Äh... Ja, war ganz gut. Ähm... Amy hat richtig gut gearbeitet. Und ich konnte dann auch früher schon was machen, der den alles nicht gemacht hat. Deswegen... Ähm... Cool. Ähm... Danke nochmal. Kein Hilfe. Ach... Jaaaa! Gib's mir, Daddy! Ich geh nicht. Ach... Äh... Okay. Schüttere? Ach... Quatsch... Hat sich ja nicht anledigt. Ich hab grad ne... Hör einfach nicht an. Okay? Schlaf gut. Was auch immer Kim jetzt grad in mir auslöst. Ich... Ich muss das einfach unterdrücken. Weil das wird... wieder nur in einer Katastrophe enden. Ahhhh! Ahhhh! Erik Meyer. Berlin. Aktuell nach Wohnert Heimatdorf. Wohnert in Berlin. Wedding. Ist er das? Ja, was ist er? Was? Wenn Erik wirklich hier ist? Komm eins. Spreche ich ihn dann einfach an? Und wenn ja, wie? Wenn ich diese kleine Schlampe... Wenn ich diese kleine Schlampe... Ja, Digga. Kick. Kick den. Ja, ich weiß. Ja, das ist crazy. Ja, das ist crazy. Ich fokuss, Julian. Ben Daniel! Ach du Scheiße. Fuck man, ey. Ja, genau deswegen. Ich muss mein Ego wieder... Wie soll ich das Krass erklären? Ben Daniel! Ich will sogar Aura. Let's go! Wer ist die Frau, die mich aus... So, ey, jetzt komm raus aus dem Scheißspiel, Digga. Aura ist gar nicht mal so schlimm. Hey, Film, das war noch so lustig denn... Nein! Wer juckt schon das, was du da machst? Du hast gewonnen! Leif! Du hast gewonnen! Okay... Nein, nein, doch. Ich hatte keinen Sinn. Aber ich gucke mir zu dir, denn da geht's mir nicht zu spät. Äh... Doktor! Get out of my cave! You are so fucking doggy! Äh... Oh my god... Ah, was ist eine Ausrede schon wieder... Ja... So, wollen wir jetzt spielen? Vernünftig! Creative! Und nicht so eine Rotze! Krieg ich da hinten kurz? Erstmal wieder alle laut machen, Digga? Bei dem Tanz... Äh, wollen wir Zone Wars mit Charge spielen? Ja... Äh, Nico, willst du mitspielen? Ja... Ja... Okay, dann zieh noch einen Skin. Andern Skin... Ja... Freund, weißt du, warum dieser Style besser ist, als der mit der Cappy? Weil's einfach ne Cappy ist. Und der andere hat ne fucking swaggy Mütze auf. Also... Also... Ja... Ach... Also, äh... Dann können wir erst Trio spielen, ne? Junge, lass jetztером wie du... Nee, nee, nee... Zwei werden jetzt gekickt! Nein, 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 nein... Nein, nein... N-lein... Okay... Jetzt... Julian... Heute noch. Nico, ich mein, mein Maustag ist auf Kick, ne? Ich seh, dass du Aura anziehst, ne? Nico, wenn du Aura anziehst und der Kick du bist, dann ich lade dich wieder ein. Er kann so gut, wenn ich auch privat bin. Doch, aber ich noch in der Gruppe bin. Naja, trotzdem geht das nicht. Doch. Das ist eben, dann kick ich dich auch, ey. Julien, guck mal kurz auf dein Handy, da ist so ein lustiges von ihm, was ich geschickt hab. So, komm, ab geht's. Mach mal privat. Oh, scheiße. Mir ist fast auch eingefallen. Oh, Alter, ich hab voll Rüppenschmerzen, denn am Morgen ist auch noch Fußballspielen, alles. Oh, Dirk, da muss los. Ich staunberg krieg überhaupt noch. Äh, wir sind aber nicht auf Auffüllen, ne? Das geht nicht mit Charge, dann. Nico, hast du mich gehört? Das geht nicht mit Charge. Scheiße, jetzt auf Charge. Nein, dann liebe ich, liebe ich, liebe ich. Ja, okay, dann lass mit Charge. Wir lieben und alle mit Charge. Warum nein? Doch, ich bin schon geliebt, Dirk, gar keinen Bock ohne Charge. Spaß. Wer will mit Charge spielen, wer will ohne Charge spielen? Ich gehe jetzt nicht sonst raus, Dirk, gar keinen Bock. Ich gehe auch. Dirk, komm jetzt raus, Dirk. Ich weiß, ihr seid PS4-Spieler und es dauert lange, aber komm bitte raus. Super Titan entscheide, mit oder ohne Charge? Digga, lass sie jetzt, ich lieb, ich schwöre, ich lieb jetzt. Das ist natürlich, sage ich dann ohne, weil das ist Erpressung. Das ist keine Erpressung, wir sind einfach zwei gegen zwei und du bist der Letzte. Wir sind einfach zwei gegen zwei und du bist der Letzte. Ich habe auch keinen Bock mehr. Warte, warte, ey. Ha, hat Stormback auch ohne gesagt? Ich hörte ihn nämlich gar nicht. Stormback hat das ohne gesagt, oder? Ja, obwohl Pump ist auch nicht so schlecht. Ich hörte ihn gar nicht. Nein, bitte, bitte lass dich. Er hat dich blockiert. Jungs, ey, wirklich, ich hab echt keinen Bock mehr. Er soll mich mal kurz wieder adden, was ist denn falsch? Lass mal jetzt bitte mit Charge spielen, lass mal bitte mit Charge spielen. Ich fände Charge auch geil, da eigentlich. Aber wenn diese Lobfazen hier, ähm, keinen Charge spielen wollen, dann müssen wir... So, dann die sich wollen. Nico, du musst gar nichts sagen. Du hast einmal gesagt, die Charge macht Zero Damage. Halt die Fresse, Digga, nur weil du zu dumm bist, mit dieser Waffe zu spielen, ja? Nico, wollen wir Charge spielen? Hm? Wir gehen beide raus, Nico und ich spielen Charge. Tyrone, du kannst ja mit dir nicht spielen. Viel Spaß. Ja. Oder du kommst zu uns und wir spielen Trio. Nee. Ja, nee, ich bin nicht raus. Das ist, ja, nee, aber es bockt sich echt nicht an. Ich werde mit Charge jetzt gut werden. Ja, weil, nein, Digga, Charge macht Null Damage, sagen die Digga, sind die dumm? Junge, einfach jetzt Box von E1 Charge. Ich habe drei Viewer, Digga. Juh! Yippie! Deine alte Counts einfach. Zwei Lives, Digga. Ja, aber lass sein, wenn wir zu zweit sind, Boxwerk zu spielen. Ja, ja. So muss Boxwerk, ja, nicht. Jetzt einfach nur runterschießen und dann, weil, warte, wo kann man was, BHI ist hier? Warte, ah, hier ganz rechts können wir noch was reinmachen. Hast du eine Boxwerks mit? Warte, Feines, Relixx, Charge entfüllen. Nee, mach mit, mach mit, mach mit Boxwerk. Ich habe keine Chargebox gehört. Warte, gib mir eine Sekunde. YouTube... Ah, nee, doch, hier, Charge Shotgun 1v1 Box. Ja, perfekt. Ich werde schreien. Wenn du Bock hast, können wir auch Custom Games zocken, ne, von jemand anderem. Äh, weiß nicht, ob ich auf sowas Bock hab. Muss ich Team wechseln? Ja, ne, safe. Ich glaube, ja. Oh mein Gott. Warte, sind wir in anderen Teams? Zoom, jump here. Äh, hier ist ein blauer Charge. Ja, besser blauer. Ja, aber... Ah, hier über uns noch was. Guck nach oben, guck nach oben. Ja, ich kann nix aufheben. Nichts. 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 Ich habe wieder diesen Bug, dass ich auf den Jump head muss. Ja, geh drauf. Ja, wo? Ey, was ist denn in der Map? Klappt jetzt oder nicht? Ja, ich habe... Ich habe... Oh, ja. Hast du? Nein. Wie war das jetzt? Boah, das ist das für Hübskund. Ich habe einen Sub. Ich habe Kachel, ja. Ey, ich habe Nets wieder. Ja, mal gucken, wer gewinnt, ne? Ach ja, Digga. Aber Hauptsache, warum ich noch so ein Sturmgewehr hitgebe. Digga, wie musst du pusten? Ja, ich hatte keinen Tisch, Digga. Hey. Och, Digga, was der Drecksnapp. Lief, lief, lief. Jetzt endlich. Ich habe noch... Ich habe noch was. Ich habe noch was. Komm mit. Wieder ganz rechts. Warte, ich wechsle. Okay. Okay. Manchmal gibt es auch einen Bug, dass du da... Ah, ey. Das ist Lieder in das Spiel. Oh, hab ich. Ja. Ab, 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 ab. Press wherever the Charger. Ich sollte jetzt noch andere Luka zu kommen, ja. Ach so, wir machen einen Realistic Fight. Ja, das war jetzt kein Charger. Was los? Ja, das war jetzt nicht. Oh, er hat halt... Ja, Junge, du triffst halt so mega mies lucky und ich habe mich von dort played und... Mega mies lucky? Oh, Gott. 55er, Wallah, Junge. Du bist geisteskrank. Du bist geisteskrank. Du bist geisteskrank. Warte, muss ich mich runter... Warte, 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 ich kann auch respawnen, glaube ich, ja. Ich bin einfach... Du bist geisteskrank. Junge, was? Ach, egal, Degar, ich liebe mein Leben. Ist schon geil, Degar. Also, wenn das nicht geiler Move war, dann bin ich auch raus. Zack, 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 zack. Zack, zack. Ey, ich dachte, du hast einen Tag, Degar. Ich höre, ich höre eine Tag, Junge. Hey, hey, hast du auch eine Charger oder was? Kann man mal probieren, ne? Ja, dann bin ich wieder raus. Hä? Ja, das war sexy, Degar. Well played, my friend. Nice buggy game, Degar. Drink it like it's nice, drink it like it's nice. Drink it like it's nice. Drink it like it. Pressure is huge, Degar. I have to buy this reloaded. No, don't let go. Oh... I'm fine with that motherfucker too. I'm fine with that motherfucker. Fuck. 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 Ja, ich hab keine Mets mehr, ich hab keine Mets mehr Kann nichts machen, ich hatte null Mets Ja Ach, Digger, ich hätte dich so schicken können, die ganze Zeit Du hast das nicht gemacht, hä? Danke, äh, für die Fahrer, weil ich... Komm, man, die Fresh ist, wir überhaupt mal geschaut Aber der war grad auch ein anderer Hm? In der Map hier? Ja, ne, ne, aber der kriegst du What's going on? I have high ground now Ja, und? Jetzt den high ground in den Arsch decken Bitte was? Bitte was? Wie hast du mir da so einen Hit gegeben? Wunderbar Was der fucker? What's going on? You're a motherfucker Ah, Full Metal, da geh ich lieber nicht drauf Nein! Oh nein! Ich wollte hier unter diesen... Ich bin nur auf den Floor gegangen! Ah, Heilige Mama, Gott! Ich bin nur auf den Floor gegangen! Oh nein! Oh nein! Was ist das? Was ist das? Ich komme, ich komme! Junge, wie kann das sein, Digga? Ich hab da ein Hunderter getroffen, ne? Ja, wie kann das? Und die sagen, die Charge trifft dich, Digga. Du lässt die einmal auf die Schrift auf 1000 Meter nehmen. Sprech da immer davon ab. Warum spielst du immer wieder? Na, besser ist das, Digga. Aber jetzt auf einmal bist du ohne, ne? Nein, weil jetzt warst du auch so viel krank. Merkst du, ne? Was? Wie weit im Blumen? Unzombes, Alter! Keine Mistgruppe, Unzombes, Alter! Was? Was? Ich hab so gechopnet! Hm, 30 Grad. Nichts lecker, nichts lecker! Was? Ich hab so gechopnet! Ich hab so gechopnet beim Aiming. Wo ist das alles jauh? Wie ist das alles, Mann? Das ist das alles echt... Ich versuche mir die Property, Ja, ja, ja Komm zu Papa, mein Freund Alles da Komm her Geht auf Jungs, geht auf Jungs Geht auf Jungs Ich hoffe, die Fische hat er Ja... Hit wie ein Fischer Hit wie ein Fischer, Digga Du meinst wohl Trimaxern, oder? Hä? Hä? WTF? WTF, MTF? Máka, What are you doing? Why are you good at me like that? WTF? Stop kein Heming Nein $$$$ Quick Quick, nicht? Quick, nicht? Sehr quick die was die 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 Okay Son of a Yes You wanna shoot me down a bit more You wanna shoot me down a bit more I think so I think so Hey Du Fettzack Du Fettzack Wow Dagger Was wow Dagger Wow Dagger Wow Dagger Uhhh Fettzack Nein Du scheiß Hurensohn Dagger Danke das doch Woah Was? Du hast Full Life? Ey das geht nicht Du hast ja nur 140er mitgegeben Ja aber ich hab mich am besten hoch gewählt Ja trotzdem Ja trotzdem Ganz am Ende ganz still ganz am Ende hab ich noch 140 Du hast ja jetzt Du hast das Du hast ja IchЭre Ja Ich bin jetzt Ich bin jetzt Ja Ich bin jetzt Oh, heilige Muttergottes oh derosition AHHHH ahhhh ahhhhhhhh Was! Alles gehört! Du bist einfach in meine Box gerammt Scheiße, Digga Nein Boxlegge Fisch Komm her, komm her Wo bist du? Ah, da bist du Hopf man nicht Ey, kleiner Na, siehst du mein Haargrann Na Ey, lucky Crashpad war das, Bro Lucky, ja, alles geplant Hey, ja Käst du doch Na, das war genau so locker Jo Nein, das war eigentlich pur Ey Lass uns mal mitfahren Jungs Tschüss Boxlegge Fischi Boxlegge Fischi Boxlegge Fischi Du musst uns einfach so reinswimmen Der Gegner hat da gar keinen Bock mehr Junge Ich hab dich noch so gelasert mit der Eier Ah, ja, ne Ja Ich hab meine Pump konnte ich halt nicht schieben Im Llov Pulp Suck aquí Suck Ja, ich weiß, obst du dich víst mit dem chats mindset Na, ich habe dich gezogen! nein, du bist dir gr introducing aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Dann bin ich noch wieder raus. Na na na, mein... Na na na! Na na! Na na! Na na! Mama! Na na! Na na! Na na! Na na! Wieso? Na na! Na na! Diese Crashpers sind soo scheiß OP, ne? Oh, jetzt hab ich nicht mehr Konflikt. Du machst einfach den Controller Classic. Hey! Ich hab schon keine P. Was hast du nicht... Ah! Du hast keine Mets! Oh, klar! Ich metze ja. Jetzt siehst du, wie ich baue. Jetzt siehst du, wie ich baue, Digga. Ja, richtig. Oh nein, 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 nein. Pressure! We have to pressure your opponent. Hä, wieso hast du keine Mets? Hä, wieso hast du keine Mets? Feiert seine Schwester oder feiert sie? Was? Was? Würde ich, aber ich hab morgen ein Spiel. Aber, Luis? Vielleicht komm ich später mal kurz rüber. Ja, ich weiß nicht, wie viel ich trinke. Ja, ne? Ciao! Digga, jetzt hab ich keine Farben mehr! Digga, jetzt hab ich keine Farben mehr! Jesus, oh! Oh, 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 oh! Jesus, oh, 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 oh! Was hab ich denn hier Dinga? Wo bist du denn? Wo bist du, eh? Obst, der gefischi! Kannst nichts machen! Nee, nee! Junge, hör doch auf! Ich fokuse mir jetzt halt. Ich fokuse mir jetzt halt. Ich fokuse mir jetzt halt. Ich hab kein Healing mehr. Kein Healing, kein Nies. Cracked like a Crocodile, Digga. Kleiner AKI jetzt hier. Komm mal runter. Natürlich, er hat auch noch ein Ziel. Er hat alles, ne? Ja, ja. Cracked like a Crocodile, ne? Kleiner Ohrensohn, jetzt komm her! Ja! Nein, Mama hat zwar alles neins. Ich bin in deine Metalbox reingelaufen. Du läufst nicht immer in meine Box rein. Das eine ist in deine Box rein zu laufen. Aber das andere ist in deine Metalbox rein zu laufen. Du startst nicht. Achso, ja. Hä? Ja komm! Komm her! Ich weiß, was ich jetzt habe. Jetzt habe ich keine Mets. Eine Waffe. Ein Schild und... Komm, eine Wall. Eine Wall. Heftig. Komm jetzt, jetzt, jetzt muss er... Jetzt muss er aber... Ich habe eine Charge. Zwei Charge. Zwei Charge. Ich kann nichts aufgeben. Wow Gameville, we love you! Nein, warte, wenn ich wüsste... Ich bin ganz gelieft, ich bin ganz gelieft, ich bin ganz gelieft. Was heißt, Kredit muss verlassen? Ja, ganz, 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 ganz gelieft. Oh, fuck. Ganz, 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 okay, warte. Wie? General Justus. Julian. Jesus. 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 Oh, Jesus. Abonnier mal meinen YouTube-Channel, bitte. Wie du hoffst. Dein Ernst? Haha. Nein, wie heißt der? Blaze-Kalito, also B-L-A-Y-Z-E. So, wie du hier heißt. Hm? Wie du hier heißt. Ja, genau, Copybass. Ah, ich mach mal Musik an, sorry. Äh, what the fuck? Karin. Oh. Die sieben Abonnenten sind jetzt acht. Like mein Stream. Tür zu, Tür zu. Lass mal jetzt schon hier rein, Degas. Oder willst du Solo-Zu-Zu-Squatch spielen? Hipebin? Lass mal Solo-Zu-Zu-Squatch gegeneinander spielen? Mach vorher, ich will gegen dich ein Battle machen. Ey, lass doch mit den anderen jetzt spielen. Hm? Lass einmal Solo-Zu-Zu-Zu-Zu-Gegeneinander machen. Deswegen, also wenn du willst, dann lass mit denen anderen spielen. Dann mach's wirklich na, alles so gut. Hab' du keinen Bock drauf, was? Ja, irgendwie hab' ich keinen Bock drauf. Ja, okay, lass. Aber die sind gerade im Beitritt, warum denkst? Ja, dann lad den ein, spam ihn über Discord. Nee, Discord hat er nicht an, wenn er auf Dings ist. Komm, spam Juni mit Einladung, bis er abgefuckt ist und liebt. Der ist am ehesten abgefuckt. Machst du? Ja, ich hab sie zwei. Ich hab sie zwei. Er macht nicht, er kommt nicht, er kann ich Spam besuchen. Ja, Beitritt baues Spiel ist gar nicht so schwierig. Wollen wir uns mal kreativ Team-Solo-Scot gegeneinander machen? Äh, ja ok, wir machen einen Runde. Ich lande Caddy! Julien ruft mich über Discord an, hallo? Ja, warte, dann brich kurz nach. So, ich würde jetzt Scott spielen, eigentlich. Man hört kein Rauschen im Hintergrund, ne? Hallo, Nico? Ah, Julien. Ja. Man hört kein Rauschen im Hintergrund, ne? Ok. Vierte und fünfte Runde noch, klar. Ok, wollen wir dann eine Runde Discord spielen? Ja, können wir mal. Ja. 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 Ah, das kommt Ape Wie erwartet du die Leute bei mir sind? Ich weiß nicht wie viele bei mir sind Du bist eh nur 3 kills Vor Zonen und dann sterb ich und dann hast du nur Ja, mal gucken Ja, mal gucken Ja, mal gucken Ja, ich hab' jetzt los, oder? Ja, mir ist gar keiner gelandet, ey! Hihi! Kamal! Nein! Nein! Bitte, 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 bitte! Hm, noch einer! Ich muss die No Storm, hat mich getroffen! Ich hab' keine Ammo, ich hab' nichts! Gib mir die Waffe! Hab' noch einen! Hab' noch einen! Ha! Meine Ammo war leer von meiner Waffe! War gerade so viel in der Waffe! Glaubst du das? Was? Zwei! Drei! Zwei! 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 Aber das ist ein gutes Vorfall! Ich bin noch nicht! Ah, ich glaub' ich bin letzt! Ich muss das gut spielen, ich muss einen Hedgehog! Zwei! 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 Ha! Ich hatte so'n Dach über ihm, ne? Helicopter bei mir Nein, Digga! Der Launcher ist weg! Jetzt lädt er uns Julian ein. Warte, soll ich ihn zurück einladen? Lade ihn zurück Moin, Leute! Moin, wir machen gerade Solo vs. Squad Äh, Klo Ich hab' meinen Kills schon 6 Ich hab' noch keinen Gegner gesehen, gleich werde ich richtig ähnlich weg ist, du willst Mach's leise Nico, halt nicht passiert Kaaal Kaaal Kaaal, du hittest nicht Kaaal Kaaal, hör mir zu Hittest nichts Fresse jetzt Du hittest nicht Kaaal Du hast keine Code Kaaal Kaaal Ja, Kaaal Stürb 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 Stürb, elendig Hallo Doch einen Stürb Wann, gleich werde ich noch ein Stacks Grunde genommen Jaaa Ich hab' den 10erp aus, dass ich die Granaten geschafft habe Ich hab' den 10erp aus, dass ich die Granaten geschafft habe Jaaa Ich hab' den 10erp aus, dass ich die Granaten geschafft habe Ich weiß, ob ich bin besser aus, dass ich mich besser bin Jaaaa, ich denk' auch Ich hab' den 10erp aus Ich hab' den 10erp aus, dass ich mich nicht mehr auf muss rein Wir waren gerade, wir haben vorhin gerade Tätig, die mit äh Storn von Auffüllen zu Jaaa Okay, Kat, wie lebst du denn jetzt noch? Tjaa, ich war mit 10erp, ich hab' den 10erp in der Stinky Granate, ja? Ich hab' noch nicht einen Gegner heute gesehen Wie lucky bist du und wie anlucky bin ich Und ich war im Tresor drin, ja? Und die haben eine Stinky Granate reingeworfen, Digga Und dann hat's noch 10erp aus, ja? Jaa Du den, red mal mit mir Hallo, ich red mit dir Jaa Soll ich ein Wolf-Hetzchen trauen? Ähm, ich weiß nicht, willst du deine Wiener verschwenden? Okay Was? Perfekt Was? Ich hab' dich bestimmt, sag' mir mal Ich komm' mal Was? Willst du deine Wiener verschwenden? Ich will die Wiener machen Red nochmal Ich will deine B-Bucks verschwenden Kann ich noch mal die Wiener schicken? Hört ihr jetzt die Fresse halten? Schau mal wie kalt ein Reines schwitzt, oh man Ja, Digga Sagst du, du kannst mich jetzt hier irgendwie Hopst nehmen, sagst du? Und dann machen wir gleich zwei Kippeln Nein Zweifel nicht Aids Weil ich immer den größten Nap bekomm Da bekommst du Julien Ähm, gehoffst Ja, weil wenn die Solo machen, dann bin ich eh nach dem größten Boss von der Lobby tot Was? Nein Lava die Fresse So, wie viele Kills hast du gerade? Naja Geschlechterung, ne? Das könnte besser sein Ja, du kannst das Wort ja Das könnte besser sein Lava Ja, könnte echt besser sein Wieso du spielst halt nicht wirklich gut Wie kriegst du das raus? Null, aber ich habe auch null Gegner gesehen Ja und? Sehe ich, vier Gegner sind die alle dead Ja, wenn du da droppst Ja, komm zu mir, komm zu mir Vier Gegner Wie jetzt, wenn ich da droppe? Ich bin Misty gedroppt Ja, deswegen droppst du dein Misty, Bruder Was erwartest du, ja? Ja, ich erwarte den Fullmongrel Squad, ja? Das ist gerade bei mir Ich muss mich verstecken zu oben Das Fullmongrel Squad ist gerade bei mir, ja So, ganz close von mir Hier ist das Mongrel Squad Ja, ich guck dir zu Ich treffe mich halt von mir Ich treffe mir aber keinen Schuss, Digga Warte, ich bin nicht verankert, sind die Kontrollerspiele Ja, kann sein Deswegen bist du auch der Einzige, der gekriegt wird Hä? Der hat mich instant gedinkt Julian, du bist Aids Danke Deine Mutter ist Aids, Digga Digga, ich renne so weg, ne? Ich hab eingekühlt Dann finish him Ne, extra nicht Niko, schau dir zu Ja, viel Spaß mit dir, ne? Kannst ja ganz Squad durch die bekommen Achso! Ja, achso! Ja, ne, Niko, was denn jetzt los? Controller Player ist los, Junge Ja, das ist Regen, Junge Hast du mich auch noch Niko, hast du Kampfer? Komm, wir lesen ihn jetzt Boah, kranker Leser Ich oder auch Ich habe Rockets, ich habe nur Rockets Wie lange bei dir bei, ich bin nicht mehr oder? Ich bin Türkler, ich habe, oder? Wie lange bei dir war ich Geh'un Ich kann nicht wissen, wo er ist Oh mein Gott! We should clone like a fishy dude Ah si Nee, noch nicht Niko bist als Besos, Kamu Als Kamu oder gar Ja Krass, Pumoke Ja, nee, eigentlich nicht Du hast Pumoke Oh, Junge, wie weit ist denn die Zone weg? Ich muss kotzen Ja, deswegen hab ich mich direkt verpissen Ja, nee, du hast mich verpisst Weil du wie ne Pussy von so richtig vielen Leuten eingegrabt wurdest Und du dann einfach dich fein gefasst Von einem Spot, nee, das mich über die halbe Map verfolgt hat Ja, ich hab sie alle geholt Niko Oh Ja, ich hatte aber ganz zu hoch noch keine Metschen Weil kein Team Niko? Kass Kass, nee Kass, nee Kass, nee Nein, good game, hast gut gespielt Hast du gesehen? Hast du es gerade gesehen? Nein, ich guck dir nicht zu Digga, er hat sich mit dem Auto getroffen und davon vom Hill runter geboostet Digga, und dann bin ich am Fallschaden gestopft Digga, er, was ist der größte Portion? So, äh, was wollen wir jetzt spielen? Trio, oder? So, hat der, bis dann Diko mich dann überhaupt eingeladen? Ihr habt doch auch die ganze Zeit gesagt, ihr wollt Trio spielen Ja Ihr könnt auch creative spielen, was ihr wollt Ich hätt's doch umwöcker mich auch wieder ein Ja, das kannst du, ja warte, warte Das ist einfach creative vibe, Junge Dann sind wir wieder da, wo wir eben waren Das sind, ja Arena, Arena Müssen wir uns wieder entscheiden, ob wir mit und ohne Charge spielen Zwei gegen zwei mit Charge Charge Und ich hab auch kein Wort auf Charge Ja, ich, ich, ich kann auch was einstellen, wo, wo wir mit und ohne können Ja, trotzdem Dann hab ich trotzdem High Ping durch, äh, Auffüllen Nee, nee, lass mal Warte, warte Okay, dann spielen wir ohne Charge, ja? Niko Was ist das? Machen wir zwei gegen zwei? Ja Ich und Julien gegen Niko und Super Titan Okay Wobei, Super Titan besser als Spiel Nein, der ist schlecht Ja, der ist viel besser Hallo, ich bin Twitch-Spieler, also sick ist, äh, genau Schlechteste Ausset Ich gehörter, Becker Weil du dein Geld musst jetzt ausgeben Ja, Twitch-Spieler Ja Ich hab 30 F-Face, Mann Ja, deswegen gibst du dein Geld fürs Kindshaus und nicht für den PC Ganz kurze Frage Wieso soll ich mir einen PC kaufen, damit ich noch mehr zocke? Ja, das kannst du aber auch nicht als Ausrede benutzen, als du Fritzspieler bist Ja, ey, Niko, geh mal bereit Das ist die schlechteste Ausrede, die ich je gehört habe Doch, wenn ich Niko fokuss'n Schau dich fokuss'n Schau dich fokuss'n Schau dich fokuss'n Seine Aura fokuss'n Ah, ne, warte, das ist Box-PVP Das Box-PVP Das Box-PVP Das Box-PVP Hey, der matcht aber mega gut mit dem Baseball-Spieler Wir hatten eben, eben auch in unserer Und der war so gut wie du So, machen wir das rein, weil ich habe nur Box-DC Und der Sprinten? Ich mach Zone-Wars rein Nein, 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 nein Neh, nehmen wir das Zone-Wars Oder? AquaBeat Zone-Wars Nene...Zone-Wars Nein, 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 nein Nein, nein, nein Nein, nein, kein Hand-Zone-Wars oder so, ja, Downhill-River oder, äh Ich hab das reingemacht Ja, AquaBeat Zone-Wars Du woast, was für ein Zone-Wars Ich hab Hände-Clicks reingemacht jetzt Ich bin Space Peanut Du wollen wir das hier, das 2x2 Nein, nein Ich hab Klicks, Nico, und das Klicks Ihr wollt Boxfight spielen, ihr retards Ich will kein Boxfight spielen Können wir Zone Wars? Da hab ich auch eine Chance Genau für Zone Wars Ne, lass Boxfight 2 gegen 2 spielen Nico und... Super Titan und ich gegen Julien Okay, ich war... Julien, Julien Ich sag dir schon mal was, Super Titan Classic Stone Breaker, lebt Jetzt kommt Stone Breaker Ja, ich kann schon laufen Ladet ihn ein Ja, du ihn doch ein Aber wir können ihn nicht mehr zu sich tun machen So, ab geht's, ne? Ja, dann machen wir halt 3 gegen 2 So, und er kommt noch nur unser Team So, und er kommt noch nur unser Team So, und er kommt Nikos Team und Super Titan, kommt noch nur unser Team Ey, doch, du bist ein Lumpa Ey, dogshit game Da hat Nikos Trotton Da hat Nikos Trotton Dogshit game, dogshit Junge, halt's Maul Halt deine dumme Fresse, Junge Ich hab dich so Hops genommen Von vorne bis hinten Und die Shots verfehlen Junge, der Füge ist RUNNABAD, RUNNABAD, RUNNABAD Alles gut, alles gut Schüttern, lass mich geschüttern Okay, okay, sorry, okay Ich... Nikos, ich hab Julien fast geholt Ich hab 167 Schaden gemacht Fühl dich nicht Fühl dich nicht mit einem Super Titan Classic Du bist in meiner Box 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 Ich dachte, du bist so lucky Du bist in meiner Box Kostruf, die dein Classic Was ist mit dem Niemann? Hey! Uhhh, shit gone Uhhhh, shit gone Uhhh, shit gone Uhhhh, shit gone Uhhhh Oh, Mann, hab das Was soll ich denn machen? Ich war ne gute Auflenkung Du dummes Drecksgame Wir laden die Stormbreaker ein Stormbreaker kommt in Nikos Team Suba Titan kommt in unser Team Nein Suba Titan, du kommst jetzt die ganze Zeit zu mir Und du hardscopst einfach alles Okay Also ich mach's nur die Adels Hahahaha 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 Ey, pass auf, pass auf Julien Chill, chill, chill Hahahaha nevertheless Julian survived, ne? Don't die now, my friend Hhhhh Er ist noch ein klar No, der steht jetzt nicht um Nein, der steht jetzt nicht oben Nein Down-Dri-Sand-Shop Ich hab ein Mal nicht verbraucht Warte? ich wollte super titan classic machen das ist auch low also nie kann ich mal 50 leben es ist eigentlich wieder voll es sind für eine combo überhaupt ja ja eine hunderter schanlack ich hab's überlegt susan aber dann kann ich ja soja bodyhit weil ich nicht jetzt schon wenn ich so ein weiterkontrollstrahl wir verlieren ja gerade shut up ihr verliert nur weil karl mich carrie ich habe ja auch 2 1 fack hart verloren ja aber mir hast du lesen ja also mal als die stonebreaker schmied auch nicht mit also ey halt noch so zuvor ja äh controller player ich kann das ich bin branded controller player ich habe gute ablenkung wieder gemacht es war ein luck jetzt und das hätte ich dir gegeben fahr da habt ihr im stockwerk was in der gruppe gekickt? ne oder? ne er ist gelieft er jointed ihn nicht nico ich habe wieder gute ablenkung gemacht freut ich noch nicht oh nein nicht so viele kippen ach was soll ich denn machen? fangging 3 wie gross wie ist denn? oh mein gott shut up nico shut up nico ah bruder show my life show my life show my life mein AR war leer hat er einer p hat er einer p meine AR, komm auf meine AR das reimt sich meiner AR war leer guck auf meine AR Digger wow wahrscheinlich das ist homo shit fass mich nicht an das ist homo shit guck auf meine AR guck auf meine AR ein Händung, ein Händung AHHHHH Mama 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 meine Mama hat gechoßt, Digga! Julien, Julien, wieder! Ja, ich schubst sie mir weg, ich will deinen Tastatur nicht anfassen, Junge! Julien, Julien! Fass sie mich nicht an, denn das ist Horro-Shit! Julien, Julien, wie du das einfach aufmachst, Nigo, ihn verletzen willst, er dreht, also er dreht Ich gebe 60er, er gebe mir 190er, ich hab Bock! Alles klar! Ich hab bisschen auf Nigo zu sprechen Ich bin nicht gehofft Ich hoffe zu hoffen Nein, was war das denn? Er hofft schon wieder Hey, kein Bock mehr, Digga, geh weg Was? Halt die Fresse, Halt die Fresse, Halt die Fresse! Dreißiger, Dreißiger, Pappen! Da muss ich groß, Digga! Geil, mein Pappen macht keinen Schaden Okay Leute, es ist Zeit, ich muss auf Controller wechseln Jetzt geht's ab Jetzt sind so 100 kassiert Ja, oh, hab ich dann in hier drin Niko, ich muss rein, Niko, ich kann nie was machen Ja, das hat so 29 an sich, Julien, dass man in hier drin steht Niko, ich mach gar keinen Damage Nein! Das hat einen Hit, wofür mein kein Aimbrauch an sich Das hat einen Hit, wofür mein kein Aimbrauch an sich Das der Gegner in hier drin steht Nee, Stormbreaker kommt dann gleich durch Dann hit mich nächstes Mal, wenn ich an dir dran stehe Das ist ja der Sinn vom Super Titan Classic Was? Ja, das heißt doch auch nicht auf Controller spiele Damit die Gegner in hier drin sind und ich sie one-pumpen kann Mit der Outdown ist noch leichter 2 Leute an mir 1, 2, et 1, 1, Untin 1, 2, 1, Untin Jeeeeeeeh', euCHkei Es hat mir nur den Maze, gekillt Es macht noch einmal chill Appetbit Ich hab einen dead ne? Erst durch Video Nein, jetzt bin ich resol supportet Oh Gott, auf Lang Jetzt bin ich aloud Aww 반� Sand Nein? Ja! Zweifel ist auch nicht mehr. Ich hab keine Waffe. Jetzt hab ich mich einfach noch gefinisht. Plötzlich. Ich lass das mal hier, ne? Ich hab gar keine Waffe. 100 auf Niko. Der andere ist crack, Niko hat der 100. Ich komm mal. Ist das hier meine? Ne. Nein! Eine andere Wunder! Julien! Du willst das nicht, ne? Julien, du willst das nicht, ne? Julien, du willst das nicht, ne? Ähm. Wie shit ist das? Was haben das denn gemesselt? Hello, motherfucker! Was war das für ein Ghost-Hit? Was verfehlt? Der war eigentlich... Ah, der entfickt der Klasse. Ja, der Win war schon echt legit, ne Julien? Ja, hä? Ich hab dich... Du wolltest rauslaufen, ich hab dich geblockt. Warte mal, ich hab dich geblockt. Ja, ja, auch am Anfang, ne? Achso, ja, ey, da war ja was. Nein! Was ist Julien? Shut up! Ich hab dich geblockt. Ja, ich hab dich geblockt. Ja, ich hab dich geblockt. Ja, ich hab dich geblockt. Ach, was? Was, 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 was? Was, was? Das war ein Contour-Hula! Das war ein Contour-Hula! Super Titan Classic, kann ich nicht. Das war der Charmula! Ich springe weg von dir, gib dir noch in der 4. Also, 4a ist in der Luft. Super Titan, kannst du mal dein Mikrofon aus dem Maul rausnehmen? Ich hör niemand anders außer dich. Ist der einfach ein Pass? Dann... Stummi dann, komm! Ich bin dead! Ah! Morden! Miii! Gib ihm, spray doch einfach durch! Einmal noch weg! Doch, Frank, durchschreie! Super Titan ist das Schlechteste! Wann ist nicht, weil wohl ein Gegner ist! Oh mein Gott! Nee, nee, quitt einfach! Quitt! Quitt! Das beweist halt einfach, dass so ein fairer Team ist! Guck, ich muss... Ich hab mich einfach killen lassen! Und er wollte einfach allein! Ja, natürlich! Ich bin der Schlechteste von der Lobby! Wie viele Kills hab ich insgesamt? Hab mich der Schlechteste von der Lobby? Wie viele Kills hast du, Super Titan? Zwei! Ich hab einen! Ja! Lass mich halt, du hast mich zweimal gekillt, ich hab dich einmal gekillt! Oh! Ist du besser, äh, Julian? Ja Junge, du spürst auch aktiv! Ich spür mich aktiv! Ich spür mich aktiv! Ich bin nur ein Gewachter, ne Freitag! Wie ein Priefeier! 510er 2200 liten Komm zu dir Winten auch Komm Harz, komm die ganze Zeit mit der Schriftkenn Jetzt um den Engel, komm Den Engel Ja, da ist er Wir gucken jetzt weiter mit der Story auf ihn Bist du, ok Ich wollte nur einen runter Ich wollte nur einen runter Hast du dir einen? Hast du dir einen? Komm, hast du ihn doch? Soll ich ihn in den Haken? Junge Achso, ja Ich wusste nicht, wie er AP du ist Ich dachte, ich wurde schon Waded von Titan Was ist das? Junge, der ist der Wärdestenswohner da gewesen Ne Zu Gold Was für welchen? Das, was du die ganze Zeit machst, ja Hä? Wo ist das? Hab ich gesehen 70, 70 Überhaupt nicht 130 Das 130 Bei mir Bei mir Bei mir Bei mir Bei mir Bei mir Das war der ebrenloseste Shot den ich jemals erfüllt hab Juliana, Juliana, Juliana Juliana, Juliana Ich will seine Montage sehen, Digger Ich will seine Montage sehen, Digger Shield Potion getrunken, Digger Junge, er hat die ganze Zeit Edited auf mich und edited nicht Nach 10 Sekunden schießt er auf mich und fühlt sich dann Hey, nein Du hattest die ganze Zeit edited auf mich Ich hab's nicht gecheckt, du hast nie geschossen Haben wir auch nie gecheckt Ja, los Schieß, 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 schieß Schieß Ok schieß, ey Weg, weg afford Dasitel Er etap Du hast mich gecheckt Du hast mich getroffen Du hast mich getroffen Gott schießt die ganze Zeit Bei mir ist Fisch Jetzt auf mich Nehm jetzt Fisch Nein, dem nicht lieber Pass auf, pass auf ich bin doch wohnen wo mann halb so wird der kräftige Was? 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 50er-hat! Nein, 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 nein! Kann! So ein Lacker, ne? So ein Lacker! Er hat ihm 50er-hat gegeben! Er hat ihm 50er-hat gegeben! Guck dir mein Move-mit-hat! Ja, meine Ärmel-lehr! Was für göttliche Smooth-win-Digger! Nein, er war der, weil ich's getroffen hast! Ja, weil ich's nicht gern Smooth-mit-hat war! Er hat nur gewonnen, weil Super-Ditan nicht gecheckt hat, dass er einfach nur drauf-spraytt muss. Hätte er das gecheckt, dann hätte er ihn so schnell weggeholt, Dingar! Aber ich muss wieder dämmen... Ich hab... Ich hab... Aber mein Taktik funktioniert. Ihr wisst sie zwar nicht, aber sie funktioniert. Nein! Er hatte nur Lack, dass er grad in mich reingelaufen ist. Er hat mich mit Super-Hitern Classic gekillt. Und warum lacht so weiblich? Ja... Aber was soll ich dagegen machen, Junge? Und das! Sorry? Simp! Oh mein Gott! Stopp! 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 Finish! Ja! Alles gewonnen! Ja, ich muss auf, Leute. Ciao! Zeige ihn ein, dann! Oh! Nein! 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 Das göttliche Movement. Ja. Junge, ey, aber ich hab dich so gut gefickt, ja? Warte, ey... Tu, weil die Zahn wechsel mal schnell, Team. Und ich wechsel auch hier. Ah, geht nicht, warte, warte. Spiel Ben, Spiel Ben, Spiel Ben! Ich we... Ich wechsel einfach, Team. Nein, spiel mir an. Ja, wir werden Hobbs genommen, Julien. Ja, das... Ach, ich hab's golden! Mach' einfach so weit, ich dann klär's die ganze Zeit, die ganze Zeit in ihn reinlaufen. Okay, okay, ja, okay. Wirklich. Komm! Warte, ich we... ich wechle, oder wie ist das jetzt? Ich wechle, ich wechle. Nein, nein. Was mach' ich jetzt? Julien... 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 Julien von hinten helfen. No homo? Hehehe... 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 Ja! Das... das hab' jetzt der Julien Classic. Neue Julien Classic. Ah, ich bin gesendet, oder? Ach, das war's komplett. Hehehe... War... Du kannst hier nuroriales an! Jooh! Ein Goranpam, der andere wurde hart gefickert. Also Super Titan Panorama ist ein Super Titan Classic, deswegen mach' ich jetzt die ganze Julien Classic. Guck' ob's funktioniert. Wer ist der? Also Kumi hat gesagt... ehm... Warte, wirst du gleich... werde ich nach der Runde sagen, sonst weiß er was ich machen. Er hält Junior! Ich hab den Rollst! verhofft Jan, war da fast hier! Ich hab meine Viga-Krims gemischt, Digger! Ich hab die Kiffen daneben gemacht Ich hab einfach daneben geschnocht Ich hab mich schon darauf zu glücklichen, zu abonnieren Endlich! Ich bin auch zu gelös! Ja, du hast durch meine Hände durchgeschlagen Julian, ich habe mich schon darauf bereit gehalten Da hat sich das einen Trick nicht geben müssen Sagen wir, dass du Party dann Klassik lässt Das ist 30er für Gold Ja, Unter 3 Komm, so Party dann, in mir rein Hahahaha Party dann Klassik Schmiede, ich habe fast gesagt Mit der Taktik hilft ja immer, so für bessere Spieler zu erplayen Ey, das ist Super-Tita-Klassik, also du darfst nichts dagegen sagen Was? Ah, das ist der neue Dreaming-Klassik Hast du mich gesehen? Ja, das wäre das Lollste da dran P-X Nein, meine Papa hat sich geflossen Hab ihn Dann kam seine Ecke und dachte mir so Fuck! Fuck! Kommt so nach rechts, wie so, er kommt, du kommt Und da einfach nur so Wie alt ist der andere? Wie denn? Ich glaube auch 15, oder? Hm? Du hörst dich an wie 13 Ich ja Und wie alt bist du? Du bist 13 Ich hab's gebast! Ich hab's gebast! Ich leggex! Legex! Legex! Warte! Jo! Wie ist er da rausgekommen? Wie war ich das? Nein, nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Ja, komm ich! Ich hab's gebast! Ich hab's gebast! Ja, ich bin draußen! Ich hab's gebast! Ja, ich bin draußen! Ich hab's gebast! Ja, ich bin draußen! Julian, am ersten Runden, wo wir gewonnen haben, war immer noch die Beste und ich einfach reingestürmt bin Ich hab's gebast! Alle Bildungs durchgeschlagen und bin einfach durchgerückt Ja! Die Beste. Ja! 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 Ich hab dir in der ersten Pick-Action gegeben, weil ich nicht gewusst hab, dass das meine Wand war Er hätte mir erst mal 190 Schaden gemacht und mich dann gepick-axed Dann, dass ich schon im Fronten gepick-axe ihn und danach 100 Pump Off-Aim Off-Aim Was? Ja, ja Soft-Aim Soft-Aim Wrist! Wrist! Ja, alles gut, alles gut, kannst du essen, kannst du essen Er hat Wessin, komm, Wessin Wessin, Wessin Wessin, Wessin, Wessin Wessin, Wessin Wessin Darf ich Wessin Kannst du auch mal die Kassel abzubrechen? Haha Ich weiß halt genau, was da machen geht Er sagt, dass Nimm Super-Titan Auf zu wollen, auf zu wollen Auf zu wollen Nimm, nimm, nimm Julia, nimm Ach, scheiße, er hat mich jetzt nie BAM! Er hat mehr Leben als 30, was Wessin 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 Nein, das war ein Hobby Nein, Api Nein, Api Julian, ich brauch dich gar nicht Was? Das brauch dich gar nicht Ohohohoho Was? Ich hab den neuen Api und hab ihn geratzt Ich bin nicht in seine Box reingesprungen Das hat geklappt, das hab ich nicht gesehen Das hat geklappt, das hab ich nicht gesehen Moin Moin Ja Ich hab mich so reingesprungen Ich hab den Super-Titan Klasse gemacht Ich hab den Super-Titan Klasse gemacht, weil ich die Hand Äh, die Hand genau, weil ich die Wand nicht gehalten hab Die Hand nicht gehalten Haha Ich Einfach, äh, loan die Super-Titan Ich hab die Hand nicht gehalten Ich hab die Hand nicht gehalten wetbed Okay Es warhuh Ich bin jetzt auf Die sind jetzt auf die 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 Stimmt! Stimmt! Rasp mich! Rasp mich! Oh, scheiße! Muss ich opfern, Super Titan! Warte, 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 warte! Still, still, still! Du warst schon, dass wir den nicht aussahmen können! Okay, geht es nicht! Heal! Heal dich! Ne? Ich halte! Halte Heal! Ich bin immer noch rausgezogen! 30 AP! Warte, was mach ich? Oh, motherfucker! Keine Mist! Julien! Ich mach alles! Juni, ich hab ihm grad 160 Schaden gehabt! Okay, du hast mich noch zweimal gewesst! Soll ich uns hier gleich aufgehen? Ich glaub irgendwie nur was? Okay, dann machst du ihn gegen Julien! Dann machen wir wieder den Stornlust, dann machst du ihn gegen Julien! Ich hab ihm ges dwa! Recci ist wieder! Guck! Ich sagte Recci ist mein es! Ey, das ist mein... Recci, Recci ist wieder... Recci in, Recci in, Recci! Es ist Recci und ich finische! er geht gar nicht dann bin ich 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 er ist weg lass ich weg ist egal was zu endet sie durch fass mir nicht an das ist oben nein nein er ist ja du kannst durchschießen du hast gerade den moment wo du gerest wurdest und dann kannst du dann hat sie hiel dich hiel dich man ich halte die wand hiel dich er hat die wall er hat mich genetet er hat mich genetet ja ja Junge denkst du ich spiele ernst ok will ich nicht endlich spielen will ich trotzdem sterben aber trotzdem spiel ernst spiel ernst spiel es einmal ernst spiel es einmal ernst Julien meine ich spiel ich weiß nicht ob ich ich kann ich kann kein zahnbelag ich kann kein Zahnbelag ihr hofft ho 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 schaub hau habe ich spielzeit ist OP Auf der Ame Auf der Ame Soft Ame Dreh mich auf ihn, dreh mich auf ihn Dreh mich auf ihn Dreh mich auf ihn Dreh mich auf ihn BAM! Oh scheiße BAM Also, das wäre fast schon ein Clip Ich duck mich unter der Tür her Und dann geht ihm PAM Ich hab ihn gekocht Ich hoffe, es geht noch das Gleiche Erstens, wenn du alleine bist Auf der Ame Auf der Ame Der war so low von mir So, ich spiel jetzt FOOL Ernsthaft? Ja, kill Julian, aber lass mich in Ruhe Und finn mich indirekt Aber ich bekomm den Heal Das ist fair Nö 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 Lass mich, hab ich's gesagt Du musst nur studieren können für mich Du studieren können für mich Du studieren können für mich So, aber ich bekomm den Heal Das ist wie erhofft Du größer Welt Ich hab die Beste vergessen Es wird halt brauchen Nein, ich hab dich gesagt BAM! Nö Ich hab dich jetzt Wollen, wollen Ah Du lass mich einspielen Oha 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 Bam 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 Gewann Nee, gerade ich bin ich Hm? Ich hab' ein Geräusch gehört Könnte sein, dass meine Switch wieder überhitzt. Das könnte nur sein. Bruder, was wollt ihr noch spielen? Nee, meine Switch überhitzt. Ich hab ja weiter eingebaut. Sag Dorel, du bist leise, ich hörte dich nicht. Ich hab ein Ach, komm, wir haben eine Runde. Ich wollt einen so schön shitten, deswegen. Seid mal leise, Stromberghabe wird was sagen. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaargh Ähm, ja okay, ich komm gleich vielleicht. Nach einer halben Stunde komm ich. Was siehst du? Was ist Wilder? Du, Lian! Welcher ist er? Die hier! Oh, der Rate-Boss! BAM! 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 Oh, vorne! BAM! Ein Schlauch! Hey, Gangs! Nein! Scheiße, alle Waffen! Wie ist Stormbreaker jetzt wieder gegangen? Weil er auf muss. Wir können noch Minecraft spielen. Was wollt ihr noch spielen? Ich glaub ich gehe jetzt auf. Okay, ciao. Warte, 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 warte! Wollen wir Somo spielen? Wollen wir machen. Aber nicht schwitzen! Doch, weil Somo... Aber meine Switch überhielt ich gleich, also. Okay. Wollen wir in die Lagen zockeln? 4,5 Stunden auf, spätestens. 4 und 9. BAM! BAM 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 BAM! BAM! Ciao, Motherfucker! What the fuck? Auf einmal... Ja! Ja! Ey, alles gehört dir, ne? 1, 1! Oh! Und Meister! 2, 3! 1! 2! 2! 2! Egal, welches da musst du überhaupt? Okay, das war so. Ich bin jetzt einfach bietig um uns gegangen, was er vorher dran hatte. Die warte gegen mich, ich wüsste es nicht. Ja, ich darf nicht starten, warum nicht starten? Entschuldigung, Julia! Was? Kleine Runde, bitte, bitte, bitte! Ach, keine Runde, bitte, bitte! Ach, keine Runde, okay, let's go, easy! Ich bin frei! Ich mach' keinen Halt, ich schaff' doch was im Lover. Letzt, wollt' ich auch lange? Nein, jetzt geht's. Aqua am Top. Ey, da kann ich, ey, da kann ich zum Airspam! Seht ihr was? Bei mir ist der Bildschirm schwarz. Muss ich verbeugen und deine Hand nach oben halten. Ey, Jungs, Jungs, jetzt die Real Talk, bei mir ist schwarz. Naja, das ist eine Kampagne für Black Lives Matter. Ey, soll ich kurz ins Zentrum? Ich hab' nichts. Hab' nichts. Da war's nicht los. Das ist doch Hensau, nur ist alle gegen alle. Ey, ich will mit Team in Team, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß, ich hab' Julien schon alleine geschädelt. So, wie machen wir das jetzt? Wie er sich fühlt! Wie machen wir das jetzt? Ich sag' ja, nein! Julien, ich mach' das nur, dass ich abpacken kann. Ich bin alleine! Gut, ich fighte jetzt gegen euch beide. Perfekt! Ich stecke mal wieder aus, sonst überlegst du noch. Ich soll die jetzt beide auch fighten? Ach, ohne Spiegel! Hm? Was? Ohne Spiegel! Ich krieg' kurz die Runde auf, Karrie. Ich wechsel' Tastatur. Ich will die ganze Zeit auch immer 15 Euro Tastatur, ne? Oh! Ich hab' den Zahn geschädelt! Ah! Ich hab' den Zahn, nachher... Ich hab' dich so geschädelt! Oh! Fack! Ey, Leute! Ich hab' mich wirklich so geschädelt! Mann, der ist doch doch nicht eingesteckt! Mann, ich muss das auch von dem Spielen! Fisch, 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 Fisch! 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 Fischi on me! Wir haben einen Controller-Player für den Win. Der hinterher ist aus. Das Disconnect. So, ich gehe jetzt auf, ja. Ja, ciao. Ja, ciao. So, ich gehe jetzt auf. So, ich gehe jetzt auf. So, ich gehe jetzt rein, ciao. So, ich gehe jetzt rein, ciao. So, ich gehe jetzt auf.